Berufsjahre 1992 bis 2014 Im Jahr 1992 beendete Alex sein Studium mit einem deutschen Ingenieursdiplom an der RWTH Aachen in der Fachrichtung Architektur. Die Bauingenieure, deren Studium bekanntermaßen anstrengender war als das der Architekten, sahen die Architekten natürlich nicht als vollwertige Ingenieure an. Der absolute Running Gag unter ihnen ging so, dass man, wenn man am Reifmuseum vorbeiging, aufpassen müsse, kein Diplom in die Tasche gesteckt zu bekommen. Aber das war den Architekten ziemlich egal. Dafür war ihr Frauenanteil im Studium höher als in den übrigen Ingenieurstudiengängen und das hatte ja schließlich auch seinen Vorteil. Mit den Jahren war Alex im Glauben immer gewisser geworden. In der Gemeinde hatte er dann und wann Bibelstunden gehalten und durfte auch manchmal sonntags predigen. Über das Thema der Wiedergeburt Jerusalems sprach er nur im kleinen Kreis. Das Thema bewegte ihn dennoch weiterhin sehr, aber er konzentrierte sich nun auch auf seinen Job. Irgendwann musste er schließlich Geld verdienen, weil sein BAföG mit dem Ende des Studiums ausgelaufen war. Er bewarb sich bei verschiedenen Architekturbüros in Aachen und jobbte dort in den ersten Jahren seines Berufslebens als freier Mitarbeiter. Dennoch waren die Gemeinde und insbesondere der Glaube und das Lesen der Bibel der zentrale Mittelpunkt seines Lebens. Nach einiger Zeit lernte er auf einem Hilfstransport nach Moldawien ein hübsches Mädchen kennen, seine spätere Frau Andrea. Sie waren sich sympathisch, beide Christen und hatten viele Gemeinsamkeiten, die eine gute Basis für eine Ehe sein konnten. Sie heirateten und zogen nach einigen Monaten nach Frankfurt, wo Alex bei einer großen deutschen Bank einen guten Job gefunden hatte. Über Andrea lernte Alex Uli und dessen Frau Ramona kennen. Uli war Pastor einer kleinen freikirchlichen Gemeinde in Wiesbaden und kannte Andrea von Jugend auf. Alex und Andrea besuchten Uli und Ramona öfters und Alex hörte schnell, dass dieser Mann das gleiche Evangelium predigte, das Alex auch glaubte. Man tauschte sich oft über biblische Themen aus. Uli war erst spät zum Glauben gekommen. In seinen früheren Jahren war er dem Sozialismus gegenüber sehr offen und auch einige Zeit bei der RAF im Untergrund tätig. Während dieser Zeit beteiligte er sich an einigen terroristischen und kriminellen Aktionen der Organisation im Bundesgebiet. Aber es kam anders, als er geplant hatte. Irgendwann gefiel es Gott, Uli auf seine Seite zu ziehen und er wurde Christ. Er beendete seine zweifelhafte Tätigkeit bei der RAF und begann Theologie zu studieren. Als er sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, bewarb er sich als Pastor in einer kleinen Gemeinde in Wiesbaden. Die Missionsgesellschaft stellte ihn an und er arbeitete dort für 300 Mark im Monat bei freier Kost und Logis. Er war ein Abenteurer und blieb dies auch bis zu seinem Tod. Wenige Jahre nachdem Alex ihn kennengelernt hatte, wanderte Uli mit seiner Familie in die Slowakei aus. Er hatte sich dort bei der evangelischen Kirche beworben und diese hatte ihn als Pfarrer eingeladen. Uli unterrichtete Alex davon und Alex respektierte Ulis Schritt, auch wenn es ihm leid tat, ihn zu verlieren oder zumindest nicht mehr so häufig zu sehen. Alex besuchte Uli an dem Tag, an dem er der Gemeinde bekannt gab, dass er in die Slowakei auswandern würde. Alex war erstaunt, dass die Gemeinde überhaupt nicht reagierte. Uli hatte schließlich bekannt gegeben, dass er die Geschwister demnächst verlassen werde. Aber niemand schien berührt oder nachdenklich oder wenigstens ärgerlich zu sein. Es gab vielmehr überhaupt keine Reaktion. Man dankte für die Predigt, verabschiedete sich höflich und ging ohne weiteren Kommentar nach Hause. Alex fragte Uli im Anschluss, ob die Leute vielleicht nicht richtig zugehört hätten. Es war ihm schlechterdings unverständlich, dass die Gemeinde eine solche Aussage ihres Pastors ohne weiteres schluckte und überhaupt nicht nachfragte. Uli meinte, das sei eben auch einer der Gründe, warum er es in der Gemeinde nicht länger aushielte und nach vielen Jahren nun in die Mission gehen wollte. Er verkaufte also seinen Toyota, kaufte sich einen Lada, packte seine Frau und seine drei kleinen Kinder und den halben örtlichen Baumarkt ein und wanderte in die Slowakei aus. Alex begleitete ihn dabei und er sollte auch in den nächsten Jahren dort ein mehr oder weniger regelmäßiger Besucher sein. An der Grenze angekommen, verweigerte die slowakische Regierung die Einreise, da sie festgestellt hatten, dass Uli in seinem Lebenslauf den ein oder anderen dunklen Fleck hatte und sie befürchteten, dass er nicht als Pfarrer, sondern in seiner alten Funktion als RAF-Mann in die Slowakei einwandern wollte. Es dauerte geschlagene sechs Stunden, bis die evangelische Kirche in der Slowakei den Grenzern klar machen konnte, dass es sich hier tatsächlich um einen Pastor und nicht um einen Kriminellen handelte. Nach vielen Stunden war man also in einem kleinen Dorf, circa 50 Kilometer östlich von Bratislava angekommen und bezog das Pfarrhaus. Viele seiner Pastorenkollegen hatten ihn vor dem Schritt gewarnt. Sie wiesen ihn darauf hin, dass seine Rente in Gefahr sei. Außerdem würden seine Kinder einen slowakischen Hauptschulabschluss bekommen und auch sonst waren sie sehr fantasievoll im Ausmalen der Gefahren, die Uli und seine Familie in der Slowakei erwarten würden. Uli ließ sich aber hierdurch nicht weiter beirren. Er machte bald Bekanntschaft von Roman. Roman war im besten Sinn aller Vorurteile ein sogenannter Zigeunerkönig und tatsächlich Herr über ungefähr 200.000 Sinti oder Roma, das wusste niemand so genau. Zumindest waren es so viele, dass er ein ernstzunehmender Mann war. Als Uli Roman zum ersten Mal traf, trug Roman einen weißen Hut, einen weißen Anzug und weiße Schuhe. Er saß auf einem Stuhl und an der Handschelle an seinem Handgelenk war ein dunkler Koffer befestigt, über dessen Inhalt man durchaus spekulieren konnte. Was genau in dem Koffer war, blieb unbekannt. In jedem Fall entspann sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft und Roman wurde tatsächlich Christ. In den folgenden Jahren waren die beiden oft zusammen unterwegs und Roman sagte seinen Leuten einleitend bei Evangelisationen, das ist ein Mann Gottes. Was der sagt, das müsst ihr hören und tun. So entstand in den folgenden Jahren in der Slowakei eine kleine Erweckung unter den Zigeunern und es gäbe einiges zu berichten, was dem Herrn aller Herren große Freude bereitete. Die beiden hatten beispielsweise den Plan gefasst, die Bibel für die Sinti und Roma in deren eigene Sprache zu übersetzen. Da aber verschiedene Übersetzungsgesellschaften hierfür zu viel Geld verlangten, machten sie sich selbst daran, die ersten Bücher in die Sprache der Zigeuner zu übertragen. Das geschah alles mit sehr einfachen Mitteln. Aber es dauerte nicht lange und das erste Buch Mose war übersetzt, weil die Zigeuner die Geschichten der Stämme und Sippen sehr gerne hörten und auch gut verstanden, da ihre Lebensumstände denen des Alten Testaments nicht immer ganz unähnlich waren. Kurz darauf wurde das Markus-Evangelium übersetzt. Der einzige Grund dafür war der, dass es einfach das kürzeste Evangelium war und es daher schneller übersetzt werden konnte als die anderen, denn die Zeit drängte. Roman war nämlich der Meinung, dass, wenn seine Regionalfürsten hörten, dass er Christ geworden sei, sie wahrscheinlich versuchen würden, ihm sein Leben etwas zu verkürzen, um selbst an die Macht zu kommen. Das Manuskript mit der Übersetzung wurde mit allem Stolz und großer Würde fertiggestellt und dann nach Bratislava zur Druckerei gebracht. Ungeduldig wartete Roman darauf, dass der Drucker die fertig gebundenen Bücher mit dem ersten Buch Mose und dem Markus-Evangelium endlich abliefern würde. Nachdem das alles aber sehr viel länger dauerte als erwartet, rief Roman schließlich beim Drucker an und fragte, wie weit er mit dem Drucken denn sei. Der Drucker antwortete mit einer Ausrede, wir schneiden die Hefte gerade zu. Roman meinte daraufhin nur, schneide, schneide, sonst komme ich und schneide. Der Drucker verstand sehr schnell, was Roman mit seinem kurzen Satz meinte und er traute Roman durchaus zu, ein passendes Schneidwerkzeug zu besitzen und bedienen zu können. Die bestellten Hefte waren dann auch gleich am übernächsten Tag fertig und die ganze Zigeunerschaft Romans freute sich über Gottes Wort. Alex war aber nicht nur in der Slowakei unterwegs. So oft es ihm sein Job ermöglichte, nahm er an verschiedenen Missionsreisen teil. Diese führten ihn in die Slowakei, nach Ungarn, nach Rumänien, nach Moldawien und einmal auch nach Kasachstan. Es waren eindrückliche Erlebnisse und er lernte dadurch einen Landwirt aus dem Odenwald kennen, der ihm immer wieder die Gnade Gottes groß und wichtig machte und ihn so im Glauben sehr bestärkte. Alex arbeitete bei einer deutschen Bank in Bankfurt, wie Frankfurt bei den Bankern genannt wurde, in der Beratung vermögender Privatkunden. Er kümmerte sich um die Optimierung und Vermarktung ihrer teilweise sehr üppigen Immobilienbestände. Alex machte seinen Job gut und übernahm irgendwann auch Verantwortung für eine der Immobilienabteilungen. Der Wechsel von einem Architekturbüro in die Finanzwelt öffnete ihm die Augen für eine Welt, in der nur eins zählte, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Die Kapitalströme der großen Geldhäuser, Versicherungen, Fonds und anderer Kapitalsammelstellen bewegen sich frei und ohne politische Grenzen rund um die Welt. Wenn Hochtief als deutsche Firma in Brasilien einen Staudamm baute und dieses Bauvorhaben mit englischen Banken finanzierte, die diese Investitionen später an asiatische Investoren weiterverkauften, dann wird klar, dass Geld mittlerweile keine Grenzen mehr kennt und sehr große Volumina an Werten binnen Sekunden um den Globus bewegt werden. Dabei sind Immobiliengeschäfte in der Welt des Geldes, auch wenn es sich um ein Staudammprojekt oder die Infrastruktur einer kompletten Stadt handelte, nur kleine Fische. Alles, was mit Immobilien zu tun hat, ist im Vergleich zu den prinzipiell unbegrenzt großen Geldgeschäften nur ein kleines Anhängsel. Ein unbedeutender Appendix an den riesigen Summen, die täglich über die Börsen und Banken bewegt werden. Wenn Siemens bei der Deutschen Bank anrief, um dort Geld anzulegen, dann bekamen die Banker nasse Hände, denn hier ging es nicht um Millionen, sondern regelmäßig um große Milliardenbeträge. Um solche Geschäfte einzustielen, traf man sich in London oder in New York und es war keine Seltenheit, dass Kollegen von Alex mehrere Tage auf irgendwelchen Schiffen im Mittelmeer verbrachten, um sich dort mit Investoren aus Asien, Saudi-Arabien, Russland, den Vereinigten Staaten oder aus sonst irgendwelchen Ländern zu treffen. Die Gefahr hierbei war, dass man schnell komprimitiert wurde. Es war nicht einfach, in diesem Geschäft sauber zu bleiben und viele erlagen dem Reiz des schnellen Geldes. Die attraktivsten Jobs waren bei den Aktienhändlern und Alex erlebte die Zeit mit, in der nichts zu groß und nichts zu teuer war. Unter den Kollegen von Alex kursierte unter anderem der Ausdruck »Too big to fail«, also »zu groß, um zu scheitern«, den man gerne verwendete, wenn man stolz grinsend von seinem Arbeitgeber sprach. Man meinte damit, dass dieser einfach zu groß, zu reich, zu mächtig sei, um jemals scheitern zu können. Aus der heutigen Sicht großer Kapitalmarktkrisen und drohender Bankeninsolvenzen, die ganze Länder mit sich reißen könnten, ist dies an Dekadenz und Ignoranz kaum noch zu überbieten. Und dennoch herrschte zu dieser Zeit, insbesondere bei den Aktienhändlern der Banken, diese Hochstimmung, die viele zu wilden Champagnerfesten auf den Afterwork-Partys im Londoner Finanzdistrikt verleitete, bei dem nicht nur Alkohol konsumiert wurde. Dem Normalbürger wurde damals in den Medien selbstverständlich nichts darüber berichtet. Es hätte für dessen Ohren wohl auch zu abgehoben geklungen und wäre ohnehin nicht geglaubt worden. Wollte man hierüber genaueres schreiben, müsste man einige Vokabeln benutzen, die sich nicht gehören. Und deshalb belassen wir es bei dieser knappen Beschreibung. Auch Alex wurde immer wieder Geld angeboten, damit er Geschäfte in die eine oder andere Richtung bewegte. Die Deals, die er verantwortete, waren nicht so groß wie die Deals an den Kapitalmärkten. Aber es war keine Seltenheit, über Immobilien und Immobilienportfolien zu sprechen, die weit über 100 Millionen D-Mark bzw. später dann in Euro schwer waren. Die vermögenden Privatkunden, die in diesen Größenordnungen agieren, handeln ebenso wie große institutionelle Anleger mit dem kleinen Unterschied, dass sie, wenn etwas schief geht, sich urplötzlich wieder in unbedarfte Privatkunden verwandeln und sich die besten Anwälte leisten können. Die Dienstleister haben dann oft das Nachsehen und deswegen war Alex sehr wohl bewusst, dass er seinen Job gewissenhaft und mit großer Seriosität ausüben musste, um in diesem Haifischbecken zu überleben. Er wusste sehr genau, dass er mit seinen Kollegen nicht jede Lokalität besuchen konnte, zu der er von ihnen oder auch von Kunden abends eingeladen wurde und es dauerte nicht lange, bis er von dem einen oder anderen E-Mail-Verkehr einfach abgehängt wurde. Aber er war Christ und er hatte nicht vor, sich an der Krankheit zu infizieren, an der viele seiner Kollegen litten. Aber es gab auch Kunden und Vorgesetzte, die das seriöse Verhalten von Alex sehr wohl zu schätzen wussten und ihn deswegen immer wieder ins Vertrauen zogen, wenn es um schwierige Geschäfte ging. Mit den Jahren wuchs das Netzwerk von Alex und er hatte beste Kontakte zu vielen nationalen und internationalen Entscheidern, Vorständen und patriarchenreicher Familien, die seine Kompetenz und sein angenehmes Wesen schätzten. Nach einigen Jahren wurde seine Abteilung aufgelöst und er machte sich selbstständig. Die Aufträge, die er bei der Bank betreut hatte, durfte er in die Selbstständigkeit mitnehmen, was ihm den Beginn seiner Arbeit sehr erleichterte. Er war auch weiterhin ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er vergaß niemals seinen Glauben an seinen Herrn Jesus Christus. Das Wichtigste, was er besaß, war die Bibel und das blieb auch so bis zum Schluss.